Juventus ist Italiens bekanntester und erfolgreichster Fußballverein. Mit den zahlreichen Titeln und Trophäen hat Juventus nicht nur national, sondern auch international für Furcht und Strecken gesorgt. Man gewann zum Beispiel zweimal die UEFA Champions League, dreimal den UEFA Pokal und einmal den Europapokal der Pokalsieger. Alle diese großen Erfolge wurden in den von Juventus Turin traditionellen schwarz-weiß gestreiften Trikotskult, die von Legenden wie Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Platini, Zididin Zidane oder Cristiano Ronaldo getragen wurden. Und heutzutage kann man sich die alte Dame ohne ihre legendären schwarz-weiß gestreiften Hemden gar nicht vorstellen. Aber das war nicht immer so. Als der Verein Juventus Turin 1897 gegründet wurde, spielte die Mannschaft nicht in ihren berühmten Zebrastreifenlook, sondern von 1897 bis 1899 spielte Juve in weißen Hemden mit schwarzen Hosen und ab 1899 spielte Juventus Turin in rosafarbige Hemden mit einer schwarzen Krawatte. Dass die Trikots überhaupt rosa wurden, war eigentlich dem Teamkollegen zu bedanken, der die Trikots mit nach Hause nehmen sollte, um sie zu waschen, aber durch einen Waschfehler diese sich in rosa umfärbten. Weil Juve zu faul war, neue Trikots zu kaufen, haben sie sich entschieden, einfach in den umgefärbten pinken Trikots zu spielen, bis sie sich im Jahre 1903 so stark verblasst haben, dass man sich neue Trikots besorgen musste. Um sich neue Trikots zu besorgen, fragte Juventus Turin den englischen Teamkollegen John Savanche, ob er Kontakte zu englischen Trikotlieferanten habe, die unsere Mannschaft mit neuen Trikots in einer Farbe versorgen könnte, die nicht bei jeder Waschgang so schnell verblasst. Zufälligerweise hatte John einen Freund in Nottingham, der großer Anhänger vom englischen Traditionsklub Nuts County war und sich auf zufälliger Weise auch Nuts County mit brandneuen Trikots versorgt hat. Deswegen kam der auf die Idee, die schwarz-weiß gestreiften Trikots von Nuts County zu nehmen, um sie nach Italien zu verschiffen, um sie Juventus Turin zu geben. Seitdem kann man sich die alte Dame ohne ihr traditionell schwarz-weiß gestreifte Gewand nicht mehr vorstellen. Wären die Trikots heute pink, wäre anstatt das Zebra, das Maskottchen von Juventus, ein Flamingo oder ein anderes Tier, was auch noch pink oder rosa ist. Vielleicht mal ein Einhorn. Also für die, die es noch nicht verstanden haben, wieso Juventus Turin schwarz-weiß gestreifte Trikots hat, erklärt es euch Ronaldo jetzt. Juventus Turin und Nuts County pflegten seit 1903 eine Fanfreundschaft und eine freundschaftliche Beziehung. Am 8. September 2011 lud Juventus Turin zur Feier der Eröffnung der neuen Turiner Heimstätte Nuts County zu einem Eröffnungsspiel ein. Dieses Eröffnungsspiel endete am Ende 1 zu 1 durch zwei Tore in der ersten Halbzeit. So, das war's mit dem Video. Was ist eure Meinung zum ganzen Thema? Was glaubt ihr, hätte Juventus Turin eine andere Trikotfarbe gehabt, wenn es Nuts County nicht gäbe? Glaubt ihr, hätte Juventus Turin lieber bei den pinken Trikots bleiben sollen? Weil ein Ronaldo in ein pinkes Trikot wäre schon geil. Oder findet ihr es gut, so wie es jetzt ist? Da bleibt alles so, wie es hier ist. Schreibt mal eure Meinung gerne in Form eines Kommentars in die Kommentare. Und schreibt mal gerne dazu, ob ihr die Geschichte schon kanntet oder ob die euch jetzt neu ist. Sonst, das war's mit dem Video. Ihr könnt gerne in die Mitte klicken, da erkläre ich euch, warum es vielleicht bald keine grünen Trikots mehr geben wird. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Fußballthemen wollt. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Tschüss.